Moment mal, diese Obdachlosen-Sargent Bambi. Moment. Die gehört jetzt auch zur Rebellenarmee? Bambina? Lotti? Ach, beide. Wo habt ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands. Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sgt. Bambi. Hm? Sgt. Bambi? Okay. Hörst du das, Lotti? Ich glaube... Ich glaube, Ruf, es macht sich über uns lustig, Sgt. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufreden. Das gibt Fältchen. Ah, wie geil das ist. Ich habe im Let's Play zum zweiten Teil noch gesagt, dass Bambina so ein bisschen wie Lotti vom zweiten Teil ist. Und jetzt ist Lotti hier und Bambina auch. Und Lotti hat vorher immer von der Männlichen auf die weibliche Stimme gewechselt. Und jetzt andersrum. Oh, wie geil das ist. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das? Die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum, oder was? Wenn ich dich pieksen soll. Ich habe hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, nein. Ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold. Die alte Truppe eben. Ach so. Die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager. Gleich hinter dem Tor dort. Hm. Da müssen die wohl erst mal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seht. Oh, böse Falle. Fischischu? Ach herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot. Was? Nein, nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombard einen Sombrero aufsetzen. Hihi. Ho, ho, Sombrero. Siehst du? Da muss selbst Lottie schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass die Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals. Oder gegen Wombards. Oh, ich liebe Wombards. Die sind, ähm, ähm, das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Oh, der war böse. Frauen sind zwar nützlich, aber keine Tiere. Achtung, leitende Offiziere anwesend. Achtung, leitende Offiziere anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir. Haha. Ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutter-Zusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle. War ich denn wirklich so lange weg? Ja. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut. Ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Die Mädels versuchen, den harten Mann zu spielen. Was haben wir gelacht? Die Mädels vers- Was? Hallo, ihr zwei Graz. Du schon wieder? Was will? Dann will ich. Na gut. Besser. Alles klar. So, was haben wir denn hier noch so? Außer da oben das Tor. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Das ist Baby Bozo. Das sieht man doch. Dann klopfen wir mal ans Tor vom Rebellenlager. Oh, hier ist noch eine Antenne. Es ist wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Keine Ahnung. Probier es doch mal. Mehr als dass er abbricht, kann ja nicht passieren. Nur mal zur Info. G's mal, breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Ja, genau. Es ist wirklich so schwer. So, dann klopfen wir mal ans Tor des Rebellenlagers. Wie gesagt, ich glaube ja, der General ist Toni. Gucken wir mal, wer es denn nun wirklich ist. Huhu. Aufmachen. Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's. Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Nee? Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Boah. Boah. Mädels. Könnte vielleicht für mich bürgen. Wäre das eventuell möglich. Das wäre irgendwie nett von euch. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Leibold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squat-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wir es mit einem kleinen Pony oder niedliche, weiche Katzen tapsen. Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzen tapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Oh, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen? Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squat-Emblem gefunden haben. Alles klar. Unsere Squat-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten? Ach nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht, was? Ach, vergiss es einfach. Ich habe eine Idee für euer Squat-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wäre es mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Ah, dieser Satz stimmt auf so vielen Ebenen. Aber wie wäre es mit einem Einhorn? Einhörner sind super. Wie wäre es mit einem Einhorn? Ja. Private. Sag dir ja? Ich meinte natürlich nein. Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Äh, nee, Prinzessin-Grünchen. Du hast mit einem Prinzessin-Grünchen. Oh, das ist ja sowas von. Beleidigend, genau. Beleidigend, beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Wie wäre es mit einem Wischmob? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde auffischen, nicht wahr? Ja. Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmob dabei zu haben. Wie wäre es mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Fahrbahn. Wie wäre es mit Altrosa? Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt. Behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Ja, ich habe nämlich eine Idee. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut. Besser. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist das ja... Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ein Irk. Wofür soll das stehen? Für irgendwas harmloses. Das schreibt sich mit I. Die Intensivstation. Ich sehe zwei potenzielle Frauen in Not. Aber ich sehe keine Not. So nutzen sie mir gar nichts. Wird ja sein können. Babyfohn? Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ein Babyfohn? Was willst du uns damit sagen? Dass wir zahnlose Babys sind? Nein, nein. Ihr habt Zähne. Keine Frage. Wenn du Beweise brauchst, kann ich dir gerne den Arm abbeißen. Wäre nicht das erste Mal. Ein Aushilfgesuchtschild? Männliche Aushilfskraft gesucht? Was willst du uns damit sagen? Tja. Ich dachte, ihr könntet vielleicht eine starke Hand gebrauchen. Du bekommst gleich eine starke Hand ins Auge, wenn du so weitermachst. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hä? Das ist doch nur ein Fleck. Ich finde, er würde euch stehen. Dir würden ein paar blaue Flecken auch ganz gut stehen. Wäre ein schöner Kontrast zu deiner blutenden Nase. Aber ich habe doch gar keine blutenden Nase. Noch nicht. Oh je. Nein. Das eignet sich nicht als Motiv für ihr Squad-Tattoo. Ist noch zu lässig. Oh je. Die Antenne ist zu lässig. Natürlich. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahren, Gutfunker. Was kann ich für Sie tun? Äh, sorry. Ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren. Und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein. Over. Abbruch. Abbruch. Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Aaaaaaah. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Ach. Hahaha. Puh. Okay. Würde ich ihr so? Naja, das hatten wir ja schon. Huhu. Hm. Nichts. Auf dieser Frequenz. Aaaaaah. Das ist so entsetzlich. Der Empfang. Aaaaaah. Der Empfang ist immer noch super. Okay. Hm. Das ist jetzt die Frage. Was müssen wir machen? Was ist das Symbol, dass wir... hier brauchen? Da ist noch was. Das ist die obere Aufstücksstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Mal gucken. Fingerfokus. Da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar. Das ist doch Baby-Boso. In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Dadaada. Auf zu Barry. Und ich hoffe, es gibt jetzt nicht wieder die Hälfte. Das war definitiv ein Bug. Also das ist echt mies gewesen. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist das? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je. Das ist aber hoch. Heul nicht drum und halt den Fotoapparat bereit. Weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Oh je, oh je, oh je. Das wird einfach. Kinder lieben mich. Na, mal gucken. Stopp. Mpf. Mpf. Okay. Okay. Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Versuch's doch wenigstens mal. Na, mal gucken. Baby-Phone. Baby-Boso. Hey, vielleicht weckt das Bozo auf. Na, möchte Baby-Boso sein bescheuertes Baby-Phone zurück? Hey, hey, hey. Auf. Auf und waren nicht. Hier, ein Irr. Irgendwie bezweifle ich, dass er... Irgendwie bezweifle ich, dass er... Irgendwie bezweifle ich... Was kann ich denn hier noch machen? Pass ja gut auf. Ich geb mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry. Du bist echt so eine Nulpe. Noob. Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüter auf. Ein Haken. Dann gucken wir mal. Die Idee kann ich getrost. Abhaken. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Die Idee kann ich... Bei den... Die Idee... Bei den... Er soll mir nicht... Er soll doch... Hm. Es ist zu... Es ist zu früh um sich Gedanken um die Innen-Ein... Was kann ich denn noch groß machen? Die Idee... Bei den... Irr... Oh je, oh je, oh je. Okay. Gut, ich brauche irgendwas, womit ich Baby-Boso ködern kann. Vielleicht kann mir ja die Teigtaschenfrau eine Teigtasche geben und damit lässt sich dein Baby-Boso ködern. Hallo. So. Anscheinend nicht. Für mich ist es gut. Davon gibt's ja reichlich. Jo. Switchen wir mal auf Rufus Nummer 1 zurück. Wir haben ja Rufus Nummer 3 auch noch gar nicht gehabt. Irgendwas bewegt sich da hinten. Wie bitte? Nennst du mich etwa ein Angsthasen? Du kannst ja gerne selber nachgucken vor dein Großmaul. Siehst du? Hm, bäh. Genau. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, äh, wer ist das mit dieser Folge von Let's Play Goodbye Deponia? Ich hoffe, ich habe auch am Anfang Goodbye gesagt und nicht schon wieder Chaos auf Deponia. Ähm, ja, danke fürs Einschalten. Äh, in der nächsten Folge gucken wir dann, was wir hier machen können und switchen eventuell auf den dritten Rufus rüber. Und dann mal sehen, was so passieren wird. Derweil bin ich immer noch HPK und sage Tschüss. Bis dann.